Ich befinde mich hier in wunderschön Thüringen. Ich bin eingeladen worden von guten Freunden zur Mofeljagd. Ich bin jetzt mehrere Tage hier im Revier unterwegs. Ich bin echt mal gespannt für mich die erste Mofeljagd, in dem ich meinem Jägerleber erst einmal Mofel will ich sehen, in freier Wildbahn. Erlegt habe ich es aber noch keins. Und ja, jetzt bin ich auch noch gespannt, was die Tage nützlich bringen. Die ganze Gnaube! Lange auf!